Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute zweites Advents-Special. Es gibt heute natürlich nicht nur die Auslosung der Gewinne aus dem ersten Advents-Special, sondern heute gibt es endlich jetzt mein Langzeit-Review über die Kingjoy-Stative. Und von Kingjoy gibt es heute auch was Geniales zu gewinnen. Bleibt also dran, ihr Lieben, nicht nur, wenn ihr erfahren wollt, ob ihr gewonnen habt, sondern auch wenn ihr wissen wollt, was es in diesem Video Geniales zu gewinnen gibt. Zweiter Advent, ihr Lieben, so schnell geht's. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, in dem ich euch mal die Kingjoy-Stative vorstelle, die ich ja seit mehr als acht Monaten im absoluten Dauereinsatz habe und sie tatsächlich auch etwas stiefmütterlich behandelt habe. Aber das gehört für mich zu solch einem Dauerextrem-Test für solche Stative dazu. Werden wir natürlich erstmal die Auslosung durchführen. Viele von euch haben ja mitgemacht beim ersten Advents-Special und die möchten natürlich wissen, ja, habe ich gewonnen? Einen der drei tollen Preise. Entweder den Haider, den ersten Preis, den Filterhalter oder das Astro-Set mit entsprechendem Schal für euer Objektiv oder den dritten Preis natürlich die Filterfotograf-Filtertasche. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter, ihr Lieben. Wir fangen gleich mit der Auslosung an. Das Ganze absolutes Zufallsprinzip mit der Software Picker Winner von TubeBuddy. Dafür beginnen wir jetzt mit der Auslosung. Erster Preis, MK10 Rechteckfilterhalter Mark II Version von Haider. So, die Software sucht ganz kurz und dann haben wir hier unseren ersten Gewinner und zwar Sebastian Schwestka. Lieber Sebastian, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Mega-Filterhalter inklusive Drop-in CPL gewonnen. Setze dich mit mir in Verbindung. 14 Tage hast du Zeit, dich bei mir zu melden, dann schicke ich dir noch pünktlich vor Weihnachten natürlich deinen Gewinn. Kommen wir zum zweiten Gewinn. Auch hier lassen wir die Software für uns arbeiten und den zweiten Gewinner suchen. Und der zweite Gewinner ist Christian Offermann. Christian Offermann, herzlichen Glückwunsch auch von mir an dieser Stelle natürlich für den zweiten genialen Preis. Da kannst du ja losgehen mit der Milchstraßenfotografie und es gibt keine beschlagenen Objektive mehr. Tja, ihr Lieben, dritter Preis, Filterfotograf, Filtertasche. Ja, für viele, die mitgemacht haben, bestimmt der erste Preis. Einige von euch haben auch geschrieben, wenn ich gewinne, egal welcher Platz, ich hätte gerne die Filtertasche. Tja, ihr Lieben, wer sie gewonnen hat, auch das lassen wir natürlich den Zufall entscheiden. Lassen wir hier die Software nochmal suchen. Und der dritte Gewinner ist Mario Hanke. Mario, du hast die Filterfotograf-Filtertasche gewonnen. Mario Hanke, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Du bist stolzer Besitzer einer Filterfotograf-Filtertasche. Alle drei Gewinner, schickt mir bitte eure Adressen, setzt euch mit mir per Mail in Verbindung. 14 Tage habt ihr Zeit und dann schicke ich euch euren Gewinn zu. Tja, ihr Lieben, Kingjoy. Kingjoy, viele haben es gesehen, ist eine Stativfirma. Sie produzieren Stative. Auch ich hatte sie im Vorfeld gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis sie mir vor etwas mehr als acht Monaten drei Stative aus der Mountain Series zugesendet haben. Und zwar das C82, das C83 und das C85. Ihr seht schon, das geht numerisch so ein bisschen nach oben. Hat alles so ein bisschen mit der Größe zu tun. Die Stative an sich ordnen sich im guten mittleren Preissegment, was Stative angeht, ein. Das heißt, für mich war natürlich die Frage, was bekomme ich denn, wenn ich zum Beispiel ein gutes Reisestativ aus Cabron und Aluminium für 399 Euro kaufe. Wie gut ist es denn tatsächlich im Alltag? Wie gut ist es, wenn ich es auch mal extrem nutze? Denn für mich sind Stative ab 300, 400 Euro aufwärts, die müssen schon ein bisschen was abkönnen. Tja, dann habe ich mich mit den Stativen natürlich aufgemacht. Ihr werdet zum Beispiel das C83 in vielen meiner Videos gesehen haben. Ich habe es so ein bisschen als Repräsentant der anderen beiden Größen genommen und war damit viel unterwegs. Ich hatte es schon mit auf Madeira, das ist schon acht Monate her, dann war ich viel unterwegs. Spanien, Mallorca waren wir nochmal, also spanisches Festland und Mallorca. Und auf vielen, vielen anderen Fotoreisen. Und ich habe es recht stiefmütterlich behandelt. Wahrscheinlich werdet ihr das Stativ, so wie ich es benutzt habe, nicht benutzen. Ich merke es auf meinen Fotoworkshops, dass viele dann immer, jetzt Stativ in Sand stellen, da müssen wir mal gucken und kein Salzwasser rankommen lassen. All das habe ich natürlich gemacht mit dem Stativ. Ich habe es auch mal unsanft abgelegt, um einfach mal zu sehen, wie ist es denn? Gibt es da eine Delle, einen Kratzer, gehen die Schraubverschlüsse noch und, und, und? Mir hat mein Stativhersteller geschrieben, Rico, ich habe dein Video über unser Stativ gesehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, was du in einem Monat testest, beziehungsweise wie du testest, das kommt demgleich, als würde ein normaler Fotograf wahrscheinlich fünf Jahre im Dauereinsatz damit fotografieren. Aber das macht für mich eben einen Dauerextremtest aus. Auch wirklich sagen zu können, danach, das funktioniert alles noch, das ist super. Und selbst wenn du es hart herangenommen hast, gibt es da eben keine Einbußen. Tja, ihr Lieben, bevor wir aber zu meinem Testergebnis kommen, meines Langzeittests, stelle ich euch alle drei Stative mal kurz vor. Kurz die Maße, kurz das Gewicht und damit ihr einen besseren Bezug dazu habt, denn mir geht es immer so, wenn mir einer sagt, ja, Stativ ist 1,30 hoch, dann überlegst du dir, ja, wie hoch ist das denn jetzt? Deshalb hier mal ein kleiner Vergleich. Und zwar habe ich alle drei Stative mal aufgebaut mit Kamera und zeige euch mal mit mir als Referenz. Ich bin 1,86 groß. Ja, von welcher Höhe sprechen wir denn da jetzt? Wie hoch sieht es denn aus in der Praxis? Fangen wir an mit dem C82, dem kleinsten der drei Stative. Wir haben ein Packmaß inklusive Kugelkopf von 52 Zentimeter. Wir haben ein Standmaß, sprich Auflage unserer Kamera von 1,32 Meter. Und das Stativ kommt mit einem Gewicht von 1,4 Kilo daher. Es sind nicht ganz 1,4, das sind 1.396 nach meiner Waage. Ich habe mich da nicht auf die Herstellerangabe verlassen, sondern habe für euch nochmal nachgemessen. Als nächstes das C83, das mittlere Stativ. Das C83 hat ein Packmaß von 56 Zentimeter, eine Standhöhe, sprich Auflage eurer Kamera von 1,52 Meter und ein Gewicht von 1.830 Gramm. Genau nachgewessen auf meiner Küchenwaage. Und zum Schluss das C85. Das C85 hat ein Packmaß von 65 Zentimeter und ein Standmaß von 1,67 Meter. Und ihr seht, wenn ich dahinter stehe, dann sind 1,67 Meter, sodass ich bequem durch den Sucher oben meiner Kamera sehen kann, ohne mich dabei zu verrenken. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil, denn das Stativ wiegt satte 2,6 Kilo. Ja, ihr Lieben, alle drei Stative mal im Überblick, damit ihr mal ungefähr wisst, wovon sprechen wir dann überhaupt. Wie sind die Stative aufgebaut? Wie ist die Qualität? Auch ich war natürlich sehr, sehr gespannt. Wir haben durchgehend, egal bei welchem Stativ, natürlich hochwertiges Carbon und Aluminium verbaut. Da ist nichts in Plastik, nichts Billiges, wo man sagen könnte, da habt ihr aber am Preis gespart. Sondern hier ist man tatsächlich in die Vollen gegangen. Alle drei Stative haben natürlich Schraubverschlüsse. Keine Klappverschlüsse, sie haben schnell Schraubverschlüsse. Sie bestehen aus jeweils vier Beinsingementen, das ist durchgehend. Und wir haben keine Mittelsäule verbaut. Keine Mittelsäule, die wir zusätzlich ausziehen können. Da müsst ihr also euch bewusst sein, das gibt es auch nicht zum Nachkaufen. Es gibt allerdings vom C83 ein Modell mit integrierter Mittelsäule. Das persönlich habe ich aber nicht da. Aber Thema Mittelsäule finde ich immer schwierig. Hast du immer so einen Knackpunkt, wo es vielleicht doch ein bisschen wackeliger sein kann. Bei den dreien könnt ihr euch sicher sein, da wackelt nichts. Also, wir haben drei Schnellverschlüsse. Die können wir mit einem Dreh, egal bei welcher Größe, ausfahren. Und entsprechend jeweils nach Größe, nach Höhe arretieren. Wenn man sich jetzt fragt, wie kommen denn so hochpreisigere Stative zustande? Das findet man sehr schnell raus, wenn man sie zum Beispiel mal zerlegt. Das mache ich auch sehr gerne. Ich schraube die immer mal gerne auseinander. Wenn wir nämlich mal hier aufschrauben und schauen uns mal das Gewinde an, dann sehen wir nicht nur, es ist ein sehr langes Gewinde. Oft hast du nur so ein kurzes Gewinde. Und wir haben das Ganze abgedichtet hier oben nochmal durch eine Gummidichtung. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben kein Schmutz in entsprechend euer Gewinde hier reinkommt vom Stativ. Und dann habt ihr nämlich auch lange Freude da dran. Alle drei Stative haben natürlich hier unten nochmal einen entsprechenden Befestigungshaken. An denen könnt ihr irgendwas anhängen, damit ihr entweder das Stativ nochmal zusätzlich beschwert oder ihr könnt eine Filtertasche oder euren Rucksack anhängen. Ich nutze es in der Regel maximal, um eine Filtertasche dran anzuhängen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, alle Stativbeine in drei Positionen zu arretieren. Das Arretieren erfolgt ganz einfach und zwar durch Heben eines entsprechenden Schnellverschlusses. Den einfach rausziehen, dann bleibt er draußen, dann schlagen wir das Stativbein auf die höchste Position. Habt ihr es gehört? Dann klackt es kurz und dann könnt ihr es entsprechend in den drei Positionen einrasten. Wir kommen sehr, sehr tief über den Boden. Das sehen wir, wenn wir hier entsprechend die Beine mal hochklappen, dann seht ihr schon, wie tief das Ganze geht. Na, komm her. Wie tief das Ganze geht. Zack, einen brauchen wir noch. Und dann seht ihr es hier. Es ist sehr, sehr flach über dem Boden. Wenn ich euch hier die Hand unterhalte, dann seht ihr es. Das ist auch ein großer Vorteil, den ich sehe und wo ich auch die Stative natürlich entsprechend zu schätzen weiß. Dann hat jedes Stativ an der Basis nochmal eine 1 Viertel und eine 3 Viertel Schraubaufnahme. Das heißt, wir können einen zusätzlichen Arm anbauen, einen Zubehörarm. Ihr könnt dort entsprechend, ich habe ja auch die Filterfotograf-Karabiner hier dran mit einem entsprechenden Einschrauber. Das heißt, ihr könnt zusätzlich was anhängen. Ihr könnt einen Kombiarm anmachen, um zum Beispiel das Telefon entsprechend nochmal am Stativ zu befestigen. All das funktioniert. Und dann haben wir, ich schraube ihn euch mal ab, separat, im Übrigen auch erhältlich, Kugelköpfe. Und zwar gibt es zwei Versionen. Auf dem kleinen Stativ haben wir den TX20. Den gibt es noch eine Nummer größer als TX30, der ist standardmäßig auf den anderen beiden Stativen verbaut. Grundlegend haben sie die gleiche Bauweise. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist tatsächlich nur die Größe und auch die Traglast, die sich beim TX30 nochmal erhöht. Stativaufbau, auch hier mega. Kein Plastik, kein irgendwas, Völlefanz, Aluminium gefräst, super genial, auch super genau. Ich schraube ihn mal wieder auf, dann kann ich euch kurz die Funktionen zeigen. Denn auch hier haben wir natürlich mehrere Funktionen. Wir haben eine 360-Grad-Funktion, ganz klar. Hier haben wir eine Schraube, dann können wir unseren Kopf 360 Grad basiert auf der Basis entsprechend drehen. Dann haben wir die Möglichkeit, eine zweite 360-Grad-Funktion zu nutzen. Denn nicht immer steht mein Stativ auch so, dass es ausgerichtet werden kann. Es gibt Situationen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn es einfach nicht anders geht. Da steht die Basis vielleicht auch mal so. Was passiert jetzt aber, wenn ich hier 360 Grad entsprechend eine Aufnahme machen will? Ja, gar nichts, weil meine Kamera schwummelt ja irgendwo in der Gegend rum. Das heißt, ich müsste jetzt natürlich entsprechend erstmal meinen Kugelkopf ausrichten. Richte den aus. Dafür haben wir oben nochmal on top eine Wasserwaage. Können das Ganze planen ausrichten. Und dann habe ich einen zweiten Panoramakopf hier oben. Das seht ihr? Und zwar nur oben die Base. Die dreht sich jetzt und die kann ich dann entsprechend nutzen, um eine 360-Grad-Panorama-Schwenk zu machen. Ich zeige es euch mal. Nochmal seht ihr das besser? Ich packe nochmal die Kamera drauf. Jetzt habe ich, ihr seht es, Stativ. Die Basis ist schief. Und trotzdem kann ich im Horizont genau gerade entsprechend das ausrichten. Wenn ich diese Base nicht hätte und ich würde jetzt zwar meinen Kopf entsprechend gerade ausrichten, aber ich habe diese zweite Platte nicht, diese zweite Möglichkeit nicht, Dann passiert folgendes. Seht ihr das? Da könnt ihr keine Panoramaaufnahme machen. Da ist das, die Kamera macht, was sie will. Dafür ist es wichtig, zweite Panorama-Funktion oben. Einige Stative haben das. Ich finde es wirklich eine sehr, sehr wichtige in der Landschaftsfotografie Einrichtung. Dann haben wir natürlich auch oben eine Stativplatte. Auch die ist mit dabei. Stativplatte zum Schrauben, ganz wichtig. Wir haben unten nochmal einen D-Ring. Das heißt, nicht nur die Möglichkeit zum Beispiel mit Kleingeld zu schrauben, sondern, wenn du mal keins zur Hand hast, hast du hier einen D-Ring, eine Öse. Und damit kannst du bequem dann entsprechend die Platte schrauben. Es ist eine AK-Swiss-kompatible Platte. Das heißt, ihr könnt alle entsprechenden Lünkerholzer und, und, und. Alle AK-Swiss-Platten passen hier oben rauf. Die Originalplatte hat einen seitlichen Ausrutschschutz. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr entsprechend auf 90 Grad geht, dann seht ihr das. Die Platte an sich kann nicht rausfallen. Denn ihr müsst dafür Stativ ganz aufdrehen, die Platte, und dann erst geht sie raus. Das heißt, eure Kamera, auch wenn immer aus Versehen vielleicht, kann nicht runterfliegen. Bleibt immer drauf, ist super safe. Das Ganze hier oben nochmal gummiert. Wirklich, also echt hochwertig gearbeitet. Ihr seht schon auf der Seite, wir haben zwei Möglichkeiten, unseren Stativkugelkopf hier oben auf 90 Grad zu kippen. Bei 90 Grad haben viele schon gefragt, warum ist denn hier an dem oberen Stellknopf, also an dem hier, von der Platte oben, warum ist da dann nochmal eine Wasserwaage dran? Da gibt ja gar keinen Sinn. Also so geht ja eine Wasserwaage nicht. Nein, die ist immer dafür da, wenn ihr auf 90 Grad kippt und dann sehen wollt, ist das Plan, ist das Gerade. Dafür ist diese zweite Wasserwaage. Wir haben auch einige Stative. Auch hier ist es mit dabei. Dann haben wir, ihr seht schon, einen großen Drehknopf, um das Ganze natürlich festzustellen. Dieser große Drehknopf, ihr seht es hier vorne, ist nochmal rot hinterlegt. Das Ganze ist eine Friktionsschraube. Friktionsschraube hat den Grund, wir können damit den Widerstand einstellen, den unser Kugelkopf noch hat, wenn wir diesen Drehknopf aufdrehen. Das heißt, ich drehe euch das mal zu, dann haben wir nur noch einen kleinen Widerstand. Ein kleines bisschen mehr. Das heißt, meinen Kugelkopf, den kann ich dann mit viel Kraft, seht ihr es, ich kann ihn bewegen, aber eben nur ein kleines Stück. Wir drehen die Schraube mal ein bisschen weiter auf. Jetzt drehe ich meine entsprechende Arretierung auf. Dann seht ihr, dann kann ich das ein bisschen leichter machen. Ich zeige euch das mal anhand einer Kamera. Und zwar nehme ich dafür mal die Platte ab. Und dann habe ich hier einen L-Winkel dran, an meiner 6 Mark 2. Pack den mal hier drauf. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. So, das Ganze drehen wir noch ein kleines Stück weiter auf. Geht's schon so? Ja, okay, pass auf. So, also Friktionsschraube ist jetzt eingedreht. Ihr seht, das hält schon. Es ist nicht fest. Jetzt ist es fest. Jetzt ist es bombenfest. Jetzt drehe ich es auf mit eingestellter Friktionsschraube. Ich habe jetzt meine Friktionsschraube so arretiert, dass ich meine Kamera entsprechend neigen kann. Und sie kippt nicht runter. Seht ihr das? Großer, großer Vorteil, wenn du das Ganze mal neu ausrichten willst. Ihr kennt's. Ich stelle das mal wieder aus. Wenn ihr nämlich eine solche Friktionsschraube nicht habt und ihr dreht euch das auf, dann kann folgendes passieren. Zack, aufgedreht. Seht ihr? Und dann fällt das hier runter. Dann nickt eure Kamera euch zu. Eigentlich müsst ihr sie so machen, weil man macht es nicht, aber sie nickt halt dann. Mit Friktionsschraube das Ganze eingedreht. Dann könnt ihr entsprechend, man muss das einmal testen und dann lässt man es so. So habe ich es auch gemacht. Also, jetzt ganz fest. Zack, seht ihr? Passiert nichts. Jetzt drehe ich sie auf. Und dann kann ich hier ganz leicht, oder die Kamera bleibt dann auch so in der Neige, kann ich ganz leicht den Kugelkopf bewegen. Deshalb, Friktionsschraube ist schon eine gute Einrichtung, wenn ihr an eurem Objektiv und der Kamera hängt. Grundlegend haben all diese Funktionen auch alle drei anderen Stative. Beim C83 ist es so, dass wir eine andere Größe haben. Wir haben einen bisschen größeren Kugelkopf, der auch ein bisschen mehr Gewicht abkann. Wobei die Gewichtsfrage, wenn ich immer sehe, dass Stative bis 30 Kilo abkönnen, ist für mich die Gewichtsfrage. Ja, also, wo nutze ich denn 30 Kilo? Also, hat doch keiner eine Kamera von 30 Kilo. Auch hier braucht ihr euch keine Sorgen machen. Hält es alles dicke. Das C83. Das C83 hatte ich repräsentativ für die anderen Stative im absoluten Mega-Dauereinsatz. Bei vielen Stativen, die ich vorher auch schon hatte, habe ich euch ja dann gesagt, zum Beispiel Kälte ist ein Problem. Kugelkopf habe ich im Eisfach gehabt. Kein Problem. Lässt sich danach super verstellen. Man sieht es hier auch so ein bisschen am Stativ. Das hat schon echt so ein paar Dellen, weil es dann doch mal unsanft auch mit dem Rucksack irgendwo hingelegt wurde. Größtes Problem, größtes zweites Problem sind die Stativbeine, wie ich finde. Ich habe jetzt acht Monate lang diese Stativbeine nicht gesäubert. Weder im Salzwasser, noch im Sand, noch Sonstiges. Man sieht es sehr, sehr schön. Ich zeige es euch mal hier in der Nahaufnahme. Hier haben wir nämlich richtig schöne, fette Ablagerungen vom Salz, vom Salzwasser. Das sind tatsächlich Salzablagerungen, die wir haben. Sollte man im Normalfall nicht machen, ihr Lieben. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr es sehr tief habt, reinigt das. Keine Salzablagerungen dran lassen. Ist eigentlich kontraproduktiv. Ich wollte aber wissen, wie gut ist es. Deshalb, hier wo die Salzablagerungen drin sind, aufschrauben. Ihr seht es. Hier ist viel noch Sand raus. Habt ihr es gerade gesehen? Es fiel tatsächlich noch Sand raus, der hier noch drin war. Kein Problem. Die lassen sich mega. Ein bisschen knirscht es. Passt mal auf. Hört ihr es? Ja. Aber es stockt nichts. Es stockt nichts. Es ist nichts fest. Ihr könnt die alle auseinanderziehen. Mega. Ja. Und das nach acht Monaten. Nicht einmal sauber gemacht. Normalerweise, ihr Lieben, an dieser Stelle kann ich euch nur sagen, macht die sauber. Macht die sauber. Auch hier die Dichtung, wenn ich mir die angucke. Hochwertiges Material. Denn die Dichtung ist nicht zerfressen. Sie ist immer noch genau in dem Zustand, in dem sie sein soll. Das hat eben der Sinn. Dieser Dichtung, das auch nicht übermäßig. Der Sand, der jetzt hier rausgefallen ist, der ist natürlich hier unten drinnen. Nicht von oben. Hier unten geht aber eben nicht aufs Gewinde rauf. Das ist der Riesenvorteil. So, ihr Lieben. C83. Ja. Ist so das gute, mittlere Stativ. Ja. Auch hier seht ihr Stativhaken. Wir haben keine Mittelsäule. Kugelkopf identisch. Auch mit dem anderen Kugelkopf. Ja. Also mega Stativ. Kommen wir zum dritten. Zum dritten Stativ. Dem C85. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es bislang nur im Studium-Einsatz. So ehrlich bin ich. Ich hatte es nur im Studium-Einsatz. Das hat allerdings was mit der Größe zu tun. Mit der Größe und der Höhe. Denn man kann nämlich damit perfekt filmen. Du musst dich nicht so verkrampfen. Das kannst du alles filmen. Du kannst noch einen Field-Monitor oben drauf packen. Noch ein Licht mit dran packen. Und, und, und. Also überhaupt kein Problem. Das C85 hat nochmal einen kleinen Unterschied. Ihr seht es hier an der Basis. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, die Basis an sich nochmal in einem Winkel von circa 20 Grad zu drehen. Das kennt ihr vielleicht von anderen Stativen. Von hochwertigen Stativen auch. Und erst dann, erst dann kommt oben der eigentliche Kugelkopf mit drauf. Das hat den Vorteil, dass man natürlich auch andere Aufbauten hier drauf packen kann. Ihr müsst nicht unbedingt einen Kugelkopf hier drauf machen. Ihr könnt zum Beispiel auch direkt einen Slider oben drauf packen. Denn mit einem Slider ist das Ding natürlich super stabil. Jetzt möchte man so einen Slider vielleicht aber mal so ein bisschen auch neigen. Könnt ihr hier. Ist perfekt. Ihr könnt die Basis an sich neigen. Seht ihr das hier im bestimmten Winkel. Richtet das Ganze dann wieder aus. Und das ist auch von der Auflage für einen Slider ist das perfekt. Deswegen nutze ich das super, super gerne im Studio. Und 2,6 Kilo sind mir ein bisschen schwer für unterwegs. Natürlich ist es auch super von Outdoor geeignet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denn bei Wind und Wetter und wenn es richtig stürmt und richtig windig ist, Leute, ist das ein Stativ, wo ihr sagen könnt, das kann mir nichts anhaben. Das ist mir egal, wie viel Wind hier weht. Hier, großer Kugelkopf auch drauf. Der gleiche wie auf dem mittleren Stativ. Könnt ihr entsprechend auch auswechseln gegen andere Kugelköpfe, wenn ihr sagt, den Kingjoy, obwohl ich euch wirklich, den kann ich euch wärmstens empfehlen. Packt es mal wieder hin, nehmt hier die ganze Sicht weg, das C85. Tja, Lieben, was ist noch natürlich drin im Lieferumfang? Ganz klar, ihr habt eine Tasche mit bei, mit der ihr das Ganze transportieren könnt. Wichtig auch, wenn ich sie mit im Koffer habe, Stativ transportiere ich im Koffer, packe ich es mit rein, damit es im Koffer nicht so klappert. Und nicht vielleicht auch noch irgendwelche andere Technik, die ich auch im Koffer habe, beschädigt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, und das finde ich ziemlich genial, die Füße nicht nur zu tauschen. Das ist hier nicht fest, sondern ihr könnt sie natürlich ausschrauben. Ihr seht es hier auch beim C83, haben wir so halb ovale Füße. Das bietet natürlich super Stand, egal auf welchem Untergrund. Die Füße könnt ihr nicht nur tauschen, sondern es ist natürlich dabei, auch hier natürlich, entsprechend mit einem Gummiring, der nämlich verhindert, dass sie sich abdrehen, entsprechende Spikes, ihr Lieben. Die könnt ihr eindrehen und dann sind das tatsächlich Spikes. Ich glaube, wenn ihr mal in den Bergen unterwegs seid, könnt ihr zur Not auch damit klettern irgendwo. Also das sind richtige Spikes. Massiv das Ganze. Und es ist immer nochmal einmal Werkzeug mit bei. Damit kann man zum Beispiel auch die Spikes, ihr seht es, die haben hier nämlich nochmal ein Loch dafür, Werkzeug rein, zum Beispiel Imbusschlüssel, richtig festdrehen oder eben auch aufdrehen. Von alleine drehen sie sich nicht auf. Wie gesagt, das ist geschuldet dieser Gummidichtung, die wir hier drin haben, diesem Gummiring. Hier oben haben wir nochmal ein Gummiring in den Spikes und damit ist das Ganze safe. Auch hier bei den normalen Füßen, auch da nochmal ein Gummiring. Kann sich nicht abdrehen, wenn ihr damit unterwegs bist. Es gab ja schon Stative, ich möchte keinen Namen nennen, habe ich euch ja gesagt, auch im Langzeittest, da habe ich einen Fuß verloren von dem Stativ. Darf auch bei mir nicht sein. Tja, lieben, Langzeittest, Kingjoy-Stativ. C82 ist ein super Reisestativ. Dem Gewicht geschuldet würde ich das tatsächlich als Reisestativ favorisieren. Als reines Reisestativ. Wenn ihr im Urlaub seid, ihr dürft nicht viel Gepäck, ihr wisst ja, bei manchen Airlines darf man gar nicht so viel Gepäck mitnehmen, ist ja neu, ist das ein super Reisestativ. Das habe ich tatsächlich dann auch favorisiert zum Schluss, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwo hinfliege, dann nehme ich einfach das Kleine mit. Weil es hat von der Standhöhe nicht so viel Unterschied, das C82 zum C83. Es ist nahezu, auch wenn natürlich der Durchmesser, man sieht natürlich auch die Qualität am Durchmesser der Stativbeine, das ist ein bisschen geringer, aber es ist so stabil, da wackelt nichts, da verbiegt sich nichts. Da kannst du dich auch oben rauf lehnen, passiert nichts. Deshalb, das C82 war nachher so zum Schluss mein Favorit. Und das C83 habe ich überall da mitgehabt. Wo? Klar, Madeira war es klar, da wollte ich es richtig wissen mit dem Stativ. Aber ansonsten, alles wo ich hier unterwegs bin mit dem Auto, wo ich sagen kann, das kann ich ins Auto schmeißen. Hamburg, wir waren gerade in Hamburg, Fotowalk, auch da hatte ich das C83 mit, damit ich tatsächlich ein bisschen höher noch hinauskomme und die entsprechende Standfestigkeit habe. Ja, und das C85, ihr Lieben, den Koloss unter den drei Stativen, den würde ich tatsächlich im Studio immer einsetzen. Wie gesagt, als Slider-Basis ist das mega und das hält auch richtig Gewicht. Wenn ihr das festzieht hier unten, das hält richtig Gewicht. Gerade ein Slider hat ja Hebelfunktion, da geht ja schon mal ein paar Kilo von links nach rechts, ist das mega Stativ. Und natürlich, wenn ihr Auto unterwegs seid und wenn ihr 2,6 Kilo mit euch rumtragen wollt, ist das ein absolut geiles, stabiles Stativ. Was habe ich auszusetzen nach acht Monaten? Ihr kennt ja meine Videos, im Grunde schneidet ja kein Produkt so ab, dass ich nichts zu meckern habe. Was habe ich denn zu meckern? Nichts, das ist mein größtes Problem bei diesem Test. Es gibt tatsächlich aus meiner Sicht nichts zu meckern bei diesen Stativen. Man könnte sich über den Preis streiten, aber die Qualität rechtfertigt den Preis. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen, ihr Lieben. Tja, und umso erfreuter war ich, als Kingjoy gesagt hat, weißt du was, das Stativ, das C82 inklusive Kugelkopf, was für die meisten wahrscheinlich die beste Wahl ist, wenn ihr unterwegs seid, als Reisestativ, weil es ist stabil, es hat eine gute Standhöhe, es ist schön flach über dem Boden zu machen, das darfst du verlosen. Und zwar in diesem zweiten Weihnachtsspecial, ihr Lieben. Und genau darum geht's. Ein Stativ mit einem Wert von knapp 400,399 Euro kostet das C82 inklusive natürlich dem Kugelkopf, das verlosen wir im heutigen Adventsspecial. Was müsst ihr wieder machen? Das ist ganz einfach, ihr müsst eine Frage beantworten. Das ist doch ganz klar. Und zwar eine Frage mit zwei Antworten. Was braucht ihr, wenn ihr in der Landschaftsfotografie unterwegs seid? Braucht ihr A, ein stabiles Stativ oder braucht ihr B, eine Isomatte, damit es vielleicht am Hintern nicht so kalt ist? Tja, was ist wichtiger, ihr Lieben? A, in der Landschaftsfotografie ein stabiles Stativ oder B, eine Isomatte? Tja, die Antwort ist gar nicht so einfach diesmal, oder? Naja, vielleicht auch doch. Ihr Lieben, schreibt mir das Ganze wie immer unten in die Videokommentare, Antwort A oder Antwort B. Und im nächsten dritten Adventsspecial gibt es dann die Verlosung. Und zwar die Verlosung vom C82 King Joy Mountain Series Stativ. Ein wirklich geniales Stativ, ihr Lieben. Also wer das bekommt, kann man schon ein bisschen neidisch sein, ne? Echt ein geiles Stativ. Tja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Zweite Adventsausgabe, zweites Adventsspecial mit meiner Meinung auch zum King Joy. Viele hat es ja schon interessiert. Ist das was, kann man das kaufen? Ich persönlich an dieser Stelle, nach acht Monaten, wenn mich jemand fragen würde, Würdest du das Stativ kaufen für den Preis? Würde ich sagen, ja sofort. Ja sofort. Und ich muss tatsächlich auch sagen, auch wenn es mir schwer fällt, das ist eins der besten Stative, die ich in den letzten Jahren im Einsatz hatte. Outdoor im Einsatz. Tatsächlich. Da gibt es nichts zu meckern. Ich habe nichts zu meckern an diesem Stativ. Verdammt, oder? Ich hätte so gerne was zu meckern gehabt. Aber es gibt nichts. Tut mir sehr leid. Tja, ihr Lieben, wenn euch das Video und meine persönliche Meinung zu den Stativen, gerade auch zum King Joy C83 gefallen hat, lasst mir für das Video gerne einen Daumen hoch da. Nicht vergessen, Antwort A oder B unten in die Kommentare schreiben, dann seid ihr mit im Verlosungstopf. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Genießt den restlichen Tag. Verbringt ihn mit eurer Familie. Trinkt einen netten Kaffee für mich mit. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns am dritten Advent spätestens wieder, wenn es um die Auslosung des C82 King Joys geht. Ihr Lieben, in diesem Sinne bis dahin. Bis dahin.